Mein Name ist Sabrina, ich bin 25 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin bei der Stadt Schwabach. Die Arbeit in der Verwaltung macht mir richtig viel Spaß. Ich habe viele verschiedene Aufgaben und einen sicheren Arbeitsplatz. Ich bin die Katrin, bin 22 Jahre alt und habe die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Schwabach absolviert. Nach dem Ende meiner Ausbildung bin ich in das Büro des Oberbürgermeisters gekommen. Dort sind wir in einem Team von drei Kolleginnen. Wir organisieren dort viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Bürgerversammlung oder den Sommerempfang. Wir arbeiten eng mit dem Oberbürgermeister zusammen. Hierfür dienen auch die wöchentlichen Besprechungen. Zudem ist die Arbeit sehr interessant, weil man einen großen Einblick in die gesamte Stadtverwaltung bekommt. Mein Name ist Peter und ich absolviere ein duales Studium zum Diplom Verwaltungswirt bei der Stadt Schwabach. Im Rahmen der praktischen Phase durchlaufe ich verschiedene Abteilungen der Schwabacher Stadtverwaltung. Hier habe ich die Möglichkeit, mein an der Hochschule in Hof erworbenes theoretisches Fachwissen in der Praxis anzuwenden. Derzeit arbeite ich in der Kämmerei. Hier wird der Haushaltsplan für das nächste Jahr aufgestellt. Also wird festgelegt, welche finanziellen Mittel den jeweiligen Abteilungen für ihre Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen. Gestern noch in der Kämmerei. Heute unterstütze ich im Impfzentrum der Stadt Schwabach. Hier unterstütze ich bei der Terminkoordination und erstelle verschiedene Statistiken. Das Schöne an dieser Tätigkeit ist, dass ich direkt einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leiste. Hallo, ich bin Jana und bin 16 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Gärtner im Tierpflanzenanbau bei der Stadt Gärtnerei in Schwabach. Mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß, weil man mit Pflanzen arbeitet, auch Abwechslung hat und auch mal rausfährt. Besonders viel Spaß macht mir Schalenpflanzen, Stecklinge machen und auswählen. Hallo, ich bin der David. Ich bin 21 Jahre alt und ich mache die Ausbildung als Straßenwärter. Ich bin der Luca, bin 19 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Straßenwärter bei der Stadt Schwabach. Mir macht der Beruf sehr Spaß und ich habe ihn gewählt, weil man ist immer in der frischen Luft und ist sehr vielseitig. Man lernt viel, Pflastern, man lernt auch, wie die Straße aufgebaut ist, wo man drauf fährt. Macht einfach Spaß. Mir macht die Arbeit Spaß, weil man sich ja auch auspowern kann und die Arbeit im Team, die ist auch sehr schön. Fällt mir. Ich bin 20 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt und sie ist auch leicht.